Hallo und willkommen bei den Trainingsprojekten von WordApp. Wenn ihr hier seid, bedeutet das, dass ihr speziell von unseren Elite-Wordappern ausgewählt wurdet. Diese Projekte sind nur mit dem persönlichen Einladungslink sichtbar. Warum solltest du also dieses Training abschließen? Du willst als Freelancer durchstarten? In den Trainingsprojekten lernst du Grundlagen, die dir später dabei helfen werden, ganz unabhängig von Zeit und Ort dein Geld zu verdienen. Du reist viel, lebst gerade in einem anderen Land oder willst dir einfach etwas dazu verdienen? WordApp bietet dir den Weg in die Unabhängigkeit. Bist du motiviert, dein eigenes Business aufzuziehen und dich mit Management und Publishing zu befassen? Dann werde Elite-Wordapper und gründe deine eigene Agentur mit WordApp. Bei einer Agentur, die wir Guild nennen, übernimmst du die Verantwortung für ein eigenes Team an Textern und schreibst damit 40.000 Wörter am Tag. Dabei erledigst du auch Publishing, Sales und Management Aufgaben. Du kannst dabei über 100 Euro die Stunde verdienen. Trainingsprojekte sollen dich auf einen der Karrierewege vorbereiten. Dabei geht es auch darum, dass wir sehen, wo deine Stärken und Schwächen liegen. Du solltest dich also reinhängen und dich beweisen. Während des Trainings erhältst du nur 50% der normalen Bezahlung. Dafür hast du Zugang zu Elite-Wordappern und Editoren, die dir bei Fragen helfen zur Seite stehen. Wir erwarten von dir, dass du so schnell wie möglich am besten innerhalb der nächsten Tage 10 Texte schreibst. Diese müssen von den Editoren angenommen und für gut befunden werden. Solltest du mehr als zwei Texte zurückgeschickt bekommen, sei es aufgrund von Rechtschreibung, Grammatikfehlern oder unzureichender Recherche, fliegst du aus dem Training raus. Aller Anfang ist schwer. Wir wissen das. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass ich mehr als drei Stunden brauchte, um meinen ersten Text zu schreiben. Die Effizienzsteigerung, die du mit professionellem Coaching erfährst, kannst du hier auf dem Graph sehen. Nach 10 Texten solltest du in der Lage sein, eine Aufgabe in 30 Minuten zu lösen. Dann zahlt es sich später auch für dich aus. Als Beispiel, wenn ein Text 6,50 Euro bringt, kannst du im Monat zwischen 2300 und 2400 Euro nur mit Schreiben verdienen. Du kannst dabei ganz entspannt vom Strand aus arbeiten oder du nimmst deinen Laptop mit auf deine nächste Weltreise. Noch ein kürzer Hinweis. Bitte lies dir unbedingt ganz genau die Anforderungen, Beschreibungen und den How-To-Guide durch. Somit vermeidest du, dass deine Texte vom Editor zurückgeschickt werden. Unsere Editoren sind sehr genau. Wenn etwas falsch ist oder fehlt, kommt der Text garantiert an dich zurück. Bei Fragen wende dich bitte, bevor du den Text einreichst, an die entsprechende Skype-Gruppe. Also, es ist Zeit loszulegen. Viel Spaß beim Schreiben und bis bald.